Bei dem Film geht es um eine zentrale Frage. Wer sind wir? Wer bist du? Wer bin ich? Durch das Projekt führt die ostbelgische Schauspielerin Karen Damen. Gemeinsam mit den 90 Teilnehmern wurde ein Frage-Antwort-Spiel erarbeitet. Ich habe hier eine Reihe von Fragen. Und wenn ihr diese Frage persönlich für euch mit Ja beantworten könnt, dann geht ihr einfach einmal in den Kreis rein. Wir fangen mit der ersten Frage. Ich stelle mich gleich schon mal in den Kreis. Wer ist heute ein bisschen aufgeregt? Sehr viele sind offensichtlich sehr aufgeregt. Wer hat schon mal bei Rot eine Ampel überquert? Die einen sprechen fließend drei Sprachen. Die anderen sind sehr aktiv in Jugendbewegungen, in Musik- oder Sportvereinen. Für viele ist Karneval die beste Zeit des Jahres. Und nicht wenige überqueren jeden Tag eine Sprachen- oder Landesgrenze, um zur Arbeit zu fahren. Wir sind Ostbelgien. Grenzen überwinden, Gegensätze verbinden, so der Titel des Films. In vier Minuten werden viele typisch ostbelgische Besonderheiten verdichtet. Und manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten, die uns unterscheiden. Hier zum Beispiel sagt kaum einer Pommes. Wir nennen unser Nationalgericht Fritten. Entstanden ist ein emotionaler Querschnitt der deutschsprachigen Belgier. Zu sehen ist der Streifen zu 50 Jahre Autonomie in den ostbelgischen Kinos und online, unter anderem auf der DG-Seite zur Autonomie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017